Oben, unten, oben, unten, oben, unten, oben, unten. Nutte. Hey Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Rocket League. Wir sind wieder zu dritt, wir rocken das jetzt, wir gehen hier richtig ab. Geiler Schüssel. Sogar mit Ton. Ja, ich habe einen Fehler gemacht und deswegen habe ich vielleicht... Komisch nah aus heute. ...ein paar Aufnahmen versaut. Ja, war ja nur elf oder so. Ja, kann man mal machen. Du sollst jetzt gerade erstmal wieder voll reinkommen, ey. Ich auch, ich bin hier gerade... Vor allem sieht das irgendwie anders aus als vorher. Weiß ich auch nicht. Jetzt hätte ich so einen Zoom drin oder so, weiß ich nicht. Und als hätte ich einfach gar kein Antioleising mehr drin. Meins, meins. Ah, Ruhe. Oh. Ich gehe hier richtig ab. Nein, doch nicht. Kommt der Fettsack und spricht drunter her. Nee, er hat ihn gestriffen. Gibt ihr eine volle Wicht? Boah, Enki, guck mal, das kann echt mega komisch. Oder ich habe den Wunsch auch einfach näher dran als letztes Mal. Komm, man kann mal die Kamera auch wieder ein bisschen ungestellt, die... Der Penner, Alter. Oh, der macht der Verrützer. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Warte. Was gjorde? Oh, was hat mich hier voller weggepferdelt? Was? Oh, oh, oh. Richtig heftig weggeflogen. Na, oh. Oh, zum Glück, der eine konnte mich treffen. Was finde ich denn nochmal weg, ey? Warte, ich mach. Ja, ok. Oh, da scheiße. Scheiße, der andere kam dann noch drauf an. Oh, sie geht in die Wand gefahren. Na, scheiße drunter her. Boah, ich dachte, der kriegt den. Was macht Wachs denn da? Ich dachte, er erwischt den und dann fährt der Idiot einfach vorbei. Ich war doch gar nicht da. Was? Ich meinte nicht euch als Idiot, ich meinte den Typen. Ich meinte ja, weil Janik gesagt hat, hier Patrick hat mich, ach scheiße, ich komm hier raus. Ach scheiße. Ich hab keinen Boost, so kacke. Was soll das denn? Ich weiß auch nicht. Die Sache, ich bin auch gar nicht drin, ey. Das sah enghartig aus, ey. Ziemlich, oder? Ach, der eine hat mich... Ja, verdammt! Was Janik? Egal. Na, ist ja zu spät. Oh, der ist aber... Bei mir hat's den eigentlich getroffen, aber dann irgendwie nicht. Ich war... noch zu... ...lieben Pfad. Mitte! Naja, weiße. Da war ja noch einer. Uh, Tor! Zack. Da kommt der Alfa und snaggert da ab, ey, der Snaggirito. Nix abgesnaggert hier. Richtig schön gemacht. Wir sind langgegeben. Beide ist Weihnachten, Jungs. Wir schreiben den 21. Dezember heute. Einer von euch. Okay. Und eventuell werdet ihr es dann morgen sehen. Also müssen wir dran denken, dass die... ...vier... ...dritte, vierte Folge die Weihnachtsfolge ist. Jawoll, Tor für mich. Geiler Typ. Ja, okay. Ich muss noch mal kurz die irgendwann mal anschauen. Mir sieht das ein bisschen levy aus, so die Verschalkunster. Meinst du echt, du Christi? Mir ist morgen gerendert. Du musst dir aber auch hochladen, denn ich komm morgen erst, wie gesagt, um 18 Uhr nach Hause. Ah, da. Das Thumbaneil kann ich erst später einfügen. Ja... Ach, schade, ich dachte, ich krieg den... Ich brauch boost. Ich verstehe das nicht, du musst das im Chat sagen. Okay. Ich höre nicht, was der Weiße sagt. Ich höre nicht mit ihm. Patrick, rette ihn. Ninja 07 hat das Tor gemacht. Geiler Typ. Was für ein Penner. Wir haben ja schon zwei Tore. Das ist halt geil. Also Max hat schon eins. Rückwärtsgang. Ich habe keinen Boost. Der Block hat. Der ist ja noch irgendwie dran gekommen. Hat den so hochgeschossen. Fuck, Patrick ist vorbei gewesen. Oh, das war ein Schuss von Max. Der war zu schnell. Ich habe keinen Boost. Oh, der kommt. Der kommt richtig mies. So halb ihr wie. Oh, der war ja ne. Ich fahre hier die ganze Zeit nur um den Boost rum. Der Sekt der Hammer an. Soll ich dir was machen. Neu, das macht die Welt. Mach komische Sachen. Ich wusste nicht, das ist schon so ne Arbe. Voll die Mitte, der eigentlich nur stoppen. Nicht, dass du mit dem Weg gibst. Ich bin direkt auf der Hälfte. Ach, Janik, Finger weg da. Kommt scheiße zu uns. Was hat die durchgelassen? Ja, so halb. Ich habe ihn gestrichen. Mach den mal eben safe nach vorne. Dachte ich auch. Hat man mich kurz wegfliegen gesehen. Aber der war schneller. Der war schneller. Der war schneller einfach. Was hat der für ein paar andere Tore. Der war ich gar nicht. Der war es nämlich, weil du vorbeigefahren bist. Da kommt meine Hand. Der kommt. Jawoll. Nein, kann doch nicht sein. Nein. Und Janik schießt du vorbei. Ich habe fast nicht gerade verrückt, dass du das Tor gemacht hast. Ach, nice. Ich liege auf dem Grund. Falscher Knopf. Boah, Mann ey. Der wäre so. Cool, Vorlagen nicht. Ja, der war. Ich komme hier aus dem Tor nicht mehr raus. Toll, Nass. Toll. Nur weil der andere noch daneben den Ball hingehen. Super, Janik. Hast du toll gemacht. Ja, guck dir den Scheiß da mal an, ey. Das ist halt ein Vollhit-Shit, ey. Ich würde sagen, da hast du schlecht verteidigt. Ja, würde ich auch sagen. Hast du nicht richtig geklärt. Ihr habt schlecht das Tor gemacht. Ich habe euch da zwei super hingelegt, ja. Wollt ihr ja nicht machen. Juhu. Oh, Max trifft nur. Sicherstellt. Ähm, ja, okay. Ach, Janik. Jetzt halt doch doch mal was, ey. Wie kann das denn sein, dass der Ball da in der Mitte liegt? Weil Max nicht weggekickt hat. Ja. Ich wollte dich gegen den Ball drücken, dass du den auch da vorne bringst. Wolltest du jetzt kommen, weil Janik immer Boost holt, anstatt im Tor stehen zu können? Ja. Mit so einem Scheiß rechnet ja wohl keiner. Keiner von da. Ja, muss er aber nicht. Auf die fünf Sekunden kannst du auch mal auf Boost verzichten. Nein. Alter, was ist denn los mit dem Jungen, ey? Ich bin vielleicht vorbeigefahren. Ey, Mann ey. Hast du die Ballkamera an? Ja. Alter, ich bin so scheiße. Ich habe mich darauf verlassen, dass Pasterik neben mir ist. Nein. Nein, das macht ja keinen Sinn. Das ist einfach neben dem Ball. Und was ist denn, wenn ich auch weggefahren wäre? Ich habe ja gesehen, dass du da hinfährst. Ja, ja. Ei, Karamaya. Fight. Da, Christian. Nee, 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 nee. Ah. Wer hat mir nicht da den Ball schon wieder von euch weggenommen? Also ich bin da noch rumgeflogen. Ich auch. Weil es auch nicht, ob ich getroffen hatte. Ja, ich bin den Ball weggenommen. Ja, ja. Dann habe ich mich vielleicht auch noch verrückt. Oh, sechs Punkte. Und zu lindern. Gewonnen hätten wir dadurch jetzt auch nicht mehr. Ich glaube auch nicht. Oh, Liga 2. Liga 3. Ich auch. Aber Silber 1. So, weiter geht's. Wunschte. Ja, ich komme irgendwie nicht mehr hoch. Ich glaube, das geht zurzeit nicht. Die beiden waren noch nicht mal gerankt hier. Nein, das sind nämlich schon so Ultra-Pros, die einfach nicht gerankt sind. Ja, ja. Das sind wie der eine ist Veteran und der andere Profi. So, und du fährst jetzt nicht mehr neben dem Ball her, ja? Ja, ich muss erst mal reinkommen. Weißt du, der Bildschirm muss schon in die Richtung des Balles. Er muss nur gerade rausfahren. Ja. Auf die Mitte des Bildes. Das ist voll schwer. Na, das kommen wir mal besoffen. Den gehen gleich nochmal. Ja. Mach die gleich nochmal. Max fährt und trifft. Okay. Hoffentlich. Natürlich. Oh, oui. Au. Gut gejobst. Oh. Ups, hat ihn ein bisschen Sorge gemacht. Regierung. Oh, die sind Taka. Ja, oh. Oh, das heißt, komm, jetzt können die richtig schönen Ausschießen da. Komm, schießen wir nie von hinten drauf. Oh, gut gehalten. Ja, ich habe gedacht, dass der irgendwie hochkommt. Verdammte Scheiße, du. Nein! Wie ärgerlich. Das gibt es doch nicht. Krieg den da nicht rein. Alter, was ist das denn? Was war das denn für den Ball? Das war meins. Ah, wo wird er denn zur Seite rauschlagen müssen? Ja, ich habe gestoppt. Ja, nee, dann mache ich jetzt. Ich habe den nicht den Bogen, aber der kam auch wieder so mega scheiße. Ja, natürlich ist es so immer so. Die Bogenlampe geht bei uns so immer rein. Wie. Ja, schon wieder so ein Ding, ey. Wo kommt der Ende? Mach die Baby, was? Boah, wacke, ey. Oh, oh, Patrick. Ah, jetzt bin ich nachgehend nicht gefahren, ey, so eine Scheiße. Oh, ich stelle in die Mitte zu Patrick. Doch nicht. Alter, war ich noch nicht mal dann sagen zu reisen. Ich weiß. Nein, da sind wir alle. Da hat keiner den gekriegt, ne? Boah, ich bin noch geflogen, sonst hätte ich den noch gekriegt. Ich bin einfach vor dem Ball her geflogen, ins Tor rein. Haben wir gut gemacht. Ich habe den hier noch gar nicht gesehen, ey. Der ist aber mega an Lockiere auf. Ah, Alter, ich sag noch, Ani. Ich konnte mich nicht drauf verlassen. Ich war da direkt so, ah, du. Der hat denen nicht vertraut, merkst du? Ich hätte ja auch nur schön das Tor schießen können. Oh, ein bisschen daneben, ein bisschen zu hoch. Daneben, ein bisschen hoch. Ja, leicht. Scheiße, dann stand ich drunter. Ich habe ihn noch abgewehrt. In die Mitte. Und die springen alle vorbei. Ani, ich mache mal was Cooles. Genau, sowas nicht. Boah, Michel, frei. Was? Der hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja, das ist richtig. Ja, leid vor mir dran. Muss raus, ich muss nicht raus. Hat einer von euch gestern Fußball gekonnt? Ja, toll. Boah, meine Fresse, du. Hat er, Fußball gekonnt? Gestern nicht. Ne. Wie Gladbach, einfach mal. Ich trinke mich rückwärts. Ah, verdammt. Wie Gladbach einfach mal 100.000 Mal aus dem Tor schießt. Ihr habt den Typen nur getroffen. Ne, hab ich nicht. Und Leverkusen einmal nach vorne kommt und zack, Tor. Und dann gewinnt die 1-0. Der ist drin. Ich bin stark. Da macht einer. Nein, ey, kann doch nicht sein. Da hat er einen falschen Knopf gedrückt und bin gesprungen. Was? Ich bin seit Huffels, ey. Aha, interessantes Ding. Weißt du, meinst du, meinst du, meinst du? Schade. War ja keiner. Alter, fick dich. Oh, verfluchte. Verfluchte Tor von der, äh, Torkante. Torkante. Ja, das ist ja, die Pfosten, das ist einfach nur diese Wölbung da. Scheiße, falsche Richtung. Ja, geil. Er wollte aber auch mal so richtig. Was war das denn schon wieder? Was hat nichts passiert, ey? Was? Was? Da kommt noch der andere Tybi. Da ist gerade das kurze Lex. Tybi. Ist der, er kommt nicht rein. Was ist der? Ich, äh, hab doch gar nicht. Wie auch, hat den Ball am Nachjagen, aber die lassen echt nix durch. Ja, drin. Ah, klar. Da hat er selber reingemacht. Ja, ist ein Tor gemacht. War ihm wohl zu langweilig. Jetzt würden wir aber langsam mal, äh, noch eins machen. Ist ja eigentlich ein langer Ball, ne? Wow. Heilige Makrele. Kein Problem. So. So? So. Wenn man nicht weiß, was man sagen soll, einfach mal so sagen. Okay. So. Na ja, nicht fliegt da kümmerisch dran. Ja, ich hab ihn aber nur leicht angetückt. Ich wollte erst... Ja, gut. Das war jetzt auch kacke. Ja, schade. Ich wollte erst rausgehen, dann sah ich Patrick und dachte, okay. Aber Patrick dachte sich so, nein. Mein nicht. Ach, schade. Der geht doch rein. Nein. Doch. Ja, doch. Ich warte hier einfach nur so kacke. Guck zu. Willow-Ding, ey. Was, das war perfekter Schuss? Genug. Das war auch stark, ey. Als hätte ich's gemacht. Den hab ich. Der kommt doch schon mal so richtig, kacke. Ja. Sehr gut. In der Nähe muss man die echt aus der Luft fischen, sonst kommt da sowieso einer angesprungen. Oh. Oh, oh. Regileb, Regileb. Was macht ihr da? Ich wusste nicht, wo der... Nicht cool. Ich konnte jetzt nicht wegfahren, deswegen musste ich warten, bis er schießt. Ich steh kacke. Ich steh kacke. Oh, Mann, krass. Sorry. Mist. Ne, ich schnapp ihn dir. Lass, der kam noch vor mir da drin. Wachs, ruhig hier. Ich will. Ja. Machst du das machen, Max, fährt gegen den Pfosten. Nein. Ich wollte noch weiter zurück, aber der Zauber war schon da. Max fährt einfach gegen den Pfosten. Was denn? Ich hab auf den Ball geachtet. Scheiße, gegen den Pfosten fährt. Oh, Mann, ey. Wir haben einfach alle gestürmt, das war dem nicht. Ja, ja, genau. Ja. Du bist gegen den Pfosten gefahren, Alter. Und? Habt ihr auch keine Augen hinten? Doch. Theo, bitte schon. Fuck. Das Gott wollte mir mein Rückkehrs-Tor nicht gönnen. Du bist schon wieder rückwärts durch die Gegend gefahren, oder was? War das schon ganz krass, ey. Dant. Der hat viele Augen, ey. Aber für unser erstes Spiel war das gar nicht so scheiße. Wir waren schon mal behinderter. War das zweite. Ja, also erste Aufnahme. Na gut. Nächstes Spiel, wir hocken dann wieder. Ich würde sagen, Max schuld. Ihr Schild gibt mir sowieso immer die Schuld. Das letzte war die Schuld. Frag dich mal, warum? Begt euch. Na gut, Freunde. Wir bedanken uns für das Zusehen. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann morgen. Tschüss. Hauen Sie. Und auch, wie immer, haben wir da eine Folge für euch. Da ist eine Folge für euch. Und da könnt ihr uns abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Stark. Da hab ich jetzt nicht mehr mit gerechnet, irgendwie. Und dann kommen wir da mal. Und wir sehen uns dann. Und dann kommen wir da. Da ist es.